Mein Vorname ist Lavinia. Ich bin in Avita Premium Spa als Rezeptionistin tätig. Ich bin auf diese Stelle darauf angesprochen durch meine Bekanntschaft. Ich war vorher tätig als Rezeptionistin und für mich habe ich gesagt, warum nicht? Es ist eine neue Erfahrung als Rezeptionistin in der Gesundheitsabteilung. Avita ist ein schönes Platz, ein schönes Hotel, wo wir eine große Therme anbieten. Wir sind ganzjährig geöffnet für unsere Kunden, für unsere Gäste. Es ist auch eine Erholungspur gedacht durch unsere schöne Sauna, durch unser Avita Premium Spa, unsere neue Zimmer. Ich schätze sehr an unsere Unternehmen, unsere Kollegen und dass die Avita, unser Unternehmen, steht hinter unseren Mitarbeitern. Mein Arbeitstag beginnt in der Früh mit Vorbereitung für die Gäste, für den Empfang für die Gäste, unsere Gäste betreuen, Telefonate, Mails. Das Beste an meinem Job ist die Stärke, also die Liebe zu unseren Kunden, zu unseren Gästen, die wiedersehen mit unseren Stammgästen. Das Lächeln, der Spaß an der Arbeit und unsere Gäste immer gut betreuen. Weiterbildungen und Schulungen sind für mich immer interessant, weil wir entwickeln uns immer als Mitarbeiter und das Beste für unsere Unternehmen. Und die Schulungen bringen uns auch mehr professionell vor der Gast. Ich würde diesen Beruf besonders empfehlen an die Leute, die die Liebe haben für die Gesundheit, die Liebe für Gäste zu unterhalten und die Gäste sehr glücklich machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.